Moin, neue Runde, neues Glück. Eure Mitteln, ja. 62 Millionen im Jackpot. Huch. Was hängt denn jetzt hier in meiner Tastatur? Warum die Swiss-Taste nicht geht? So, jetzt habe ich ein Stück Papier. So, brauche ich noch viel Arbeit. So, ich habe noch etwas vorbereitet. Das hier. Ich muss gucken, was ich dazwischen mache. Das bleibt natürlich noch nicht so. Erstmal, dass wir das hier aufbauen können. Ach so, siehst du mal, habe ich den Schwebeanzug an? Nee, den habe ich nicht an. Ich brauche den. Wir gehen da mal was hoch. So, müsste eigentlich hier funktionieren. Jawohl, hoch hier. Gas. So. Äh, hoch. Wieso zeigt der? Ach so, der hat glaube ich ein Rezept hier drin, ne? Ja, die anderen nicht. Deswegen zeigen die rot an. Jo. Das Interessante ist, war das früher eigentlich immer so, dass die Dinger schon gequalmt haben, obwohl überhaupt kein Rezept ausgewählt war und überhaupt kein Material drin war und kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich bin der Meinung, das war nicht so. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ne? So. Gehen wir hier mal hoch. Gleiches Spiel habe ich hier gemacht. So, da müssen wir jetzt hier mal gucken. Hier, das Zeugs kommt von da hinten an. Das kommt von da hinten an. Das geht hier runter. Und soll dann wahrscheinlich auch nach hier hinten. Wir haben dann hier, den machen wir hier so. 300, 600. 300, 600. 2 mal 600. Da und da. So, aus diesen 2 mal 600 Barren müssen wir, warte mal, wir müssen, ich muss ja nochmal hier aufstellen, den Konstruktor machen, ne? Deswegen habe ich ja davon noch 4 auch da eingeschaltet. So, warte. Äh. Was brauchen wir hier? Das brauchen wir. Jo. Zwei da, zwei da. Ist ja easy. Äh, das machen wir auch irgendwie. Da ist das. Ich glaube, das könnten wir ein Stück kürzen. Das muss nicht so lang sein. Ja. Wir machen das hier mal weg. Komm. Und wir mal weg. So. Dann stellen wir die irgendwie, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Wir machen die so und... Ja, ich weiß wie. Pass mal auf. Pass auf. Bleiben sie geschmeidig. So. Und... Du bist jetzt die Mitte... von dem Ding. Gehen wir weg. Du bist die Mitte von dem Ding. So. Äh, jetzt ziehen wir das... Ich sag's jetzt mal... Äh, bis... dahin. Du musst natürlich hier ein Stück weiter nach vorne. Aber nicht so, sondern so. Und dann musst du so. Und dann so. Und dann so. Ein theoretisch. Und dann so. 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 Und du kommst da weg. Wir könnten das natürlich jetzt... Warte mal. Wie können wir dann hier... Äh, die sind zu nah dran. Oder? Das ist sowieso falsch. Was mache ich mit dem Idiot? Da kommt der Kram ja raus. Hier kommt der Kram ja rein. Äh. Ich hab eben eine Blockade gehabt. So heißt das immer so schön. Eine Blockade. Du kommst. Genau. Das lassen wir auch so. Pass auf. Pass auf. So. Dann machen wir das grad nochmal... zurück. Und so. So. Und so. So. Zweimal Eingang. Raus. 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 Jetzt könnten wir die natürlich zusammenführen. Achso. Die sind ja zusammengeführt. Ähm. Hier. Die. Wie kriegt man die jetzt am blöden... Halt! Mann. Ähm. Wo ist denn das Ding hier? Wo war denn das? Da? Und von da hinten. Irgendwo. Lass mich... Krieg ich das eigentlich hier? Jawohl. Danke. Ich lande mal. Na? Da. Wir machen hier runter. Also das ist jetzt... Huch. Gott. Wenn man wieder das nicht sieht. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich wieder gesehen. Ich hab's nicht gesehen. So. Nochmal bitte. So war denn der jetzt... Hab den noch bis ganz unten gezogen? Na ja egal. Hier komm. Nochmal... Nochmal da dran. So. Eingang. Das ist der Eingang. Den holen wir uns auch irgendwie... Gehen wir hier runter. Und dann durch die Wüste einfach so? Oder was? Wie machen wir das eigentlich hier? Ähm... Das lassen wir mal offen. Dann machen wir ein offenes Design. So ich guck jetzt gerade... Eigentlich könnten wir hier zwei und da zwei und fertig. Aus diesem Grund... Nehmen wir hier einen Konstruktor. Machen ein Stück Abstand. Äh... Eins. Zwei. Warte. Nach außen, ne? Ne. So muss ich ja machen. Eins. Zwei. Habe ich den jetzt auch richtig rumgemacht? Ja, ne? Wollen wir hier, damit wir uns das merken können. Flupp. Ich kopiere das grün. Ja... Ja... Das ist schon richtig. Ach komm... Mal was so schnell. Leck mich doch am Arsch. So. Alles klar. Ja, steht ja näher da dran. Ja, 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 ja. Das ist schon wieder blöd. Um das mal so auszudrücken. Was ist denn, wenn ich den übereinander mache? Ja, ja, ja. Warte mal. Was ist denn, wenn ich den übereinander mache? Huch. Komm her. So. So. Äh... Und... Wieso kann eigentlich der nicht... Das ist mal nackt. Ich mach den mal jetzt so. Um wegen der Höhe zu gucken. Und so hoch. Okay. Äh... Ach, da gibt's keine Kollision. Auch gut. So. Und... So. Und Rinder. So. Und so. Dann haben wir hier Platz. Die gehen doppelt nach da unten. So. So machen wir das. Und hier... Wird's... Ganz gewaltig wird hier fusioniert. Mitte. Und zwar wegen der Optik. So. Das ist der einzige Grund. Äh... So. So. Und so. Ich weiß... Ach, der Mut, den hab ich gar nicht äh... Zum Speichern benutzt eben. Also der hat ja immer beim Starten die Standard-Settings. So. Ich mach jetzt überall halt mal die schnellen Bänder. Das ist jetzt erstmal Wurscht. Und... Dann geht der Kram hier raus. So. da... Flug... Hä? Hä? Oh. Oh. Notlandung. Das ist wie der Heckrotor eines Hubschraubers, der dann plötzlich ausfällt. Autorotation. Muss man dann. Oder man ist ein bisschen tot. So. Äh... Gott. Hey. Komm ich da jetzt hoch? Ist ja ganz schlimm. Äh... Äh... Ja. Ich komme. Also... Ne? Hier hoch, mein ich. So. Äh... Okay. Gehen wir hier nochmal. Jetzt ist es mal so. Jetzt haben wir das hier. So weit, so gut. Da will ich es nur nicht verwechseln, weil ich bin ja mal so ein Held, der das so schafft. Eingang, Ausgang. Weg schaffen müssen wir den Kram auch noch. Jetzt gehe ich erstmal da hinten hin. Und guck mal. Oh. Ich habe keine Sprengstoffe dabei und kein nichts. Ne? Aber... Ich stelle jetzt mal da hinten den Miner hin. Moment. Wo steht denn das Ding? Ist das da hinten? Oder da oben? Das wäre richtig blöd. Na, können wir mal gucken. Hier sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als ob die hier unfertige Map haben und hier noch irgendwas ändern wollen in absehbarer Zeit. Deswegen können wir hier ein paar da hinten so ein bisschen Schnecke. Die sieht aus wie eine gelbe. Gucken wir uns alles mal später. So, ich gehe jetzt mal vor Ort. Natürlich ist das da oben und nicht da unten. Da unten sind übrigens jede Menge Viecher. Ah. Was willst du? Oh. Wo ist er denn? Hey. Hör auf mich zu. Verschießen. Verschießen. Geh weg. So. So. Die Dinger kann man sich einfach in den Weg stellen. Da kriegt man ein bisschen abgezogen, aber es geht. Brauchen wir nicht. Das ist diese Mörsersphäre. Apropos Mörsersphäre. Moment. Ja. Dialog Lautstärke steht noch auf 0. Nicht, dass ich das wieder vergessen habe. Und dann labert die ununterbrochen in der Folge. Was ist denn das? Das Ding aus einer anderen Welt? Aha. Also, ich habe schon ein paar Grafikfehler gemacht, ne? In der Update 4. So. Gehen wir ihn mal hoch. Ist das wieder hier oben? Verdammte Achsen. Garantält wieder alles voller Viecher. Lass mal kurz gucken. Das sieht dann wieder so blöd aus mit dem Band. Ich will aber auch nie eine ewig lange Brücke hier hinsetzen. Wo ist denn das Ding? Hier wahrscheinlich irgendwo. Komm mal her. Lass mal gucken hier. Das gibt es ja wohl nicht. Da. Der ist schon weit weg. Ne, ne. Das war schon richtig gedacht. Ich bin total durch. Ich habe gedacht, wir haben ja noch eine zweite. Das ist ja die. So. Müssen wir doch da hinten hin. Äh. Warte mal. Ich gucke nochmal auf die Map. Äh. Oh Mann ey. Ich habe gedacht, die hier. Aber die benutzen wir ja. Äh. So. Also nochmal nach da hinten. So. Ich habe hier mal eine gewisse Ordnung gemacht. Also war mir klar, dass hier so Viecher sind. Hier ist das Ding. Wo ist es denn? Äh. Gehe ich drauf. Da. Das ist weit weg. Wenn wir mal grad gucken. Da unten hole ich jetzt mal. Machen wir das mal weg hier. Hol mal die Schnecke noch da hinten. Das sind die, die wir aus der Entfernung gesehen haben, glaube ich. Geh weg. Los. Eine reine Quelle. Auch interessant, ne. So. Geh mal weg jetzt hier. So. Danke. Äh. Bevor das Ding spawnt. Und setzen wir hier mal so einen Miner drauf. Dann mache ich jetzt keine Foundations. Den setzen wir jetzt da hin. Das bohrt das Ding auch nicht mehr. Und hier ist da irgendwo die Schnecke. Ich habe es auch gesehen. Aber das ist nicht die, die ich gesehen habe. Die ist grün. Ich habe die gelbe gesehen. Da hinten ist übrigens eine pinke. Also vom Weiten sieht es so aus. Guck mal. Pfluck da. Was ist denn das hier? Guck mal hier. Ähm. Wääh. Da ist wieder so ein Mösser-Ding oder wie immer die Dinger heißen. Guck mal noch die anderen, ne. Hier siehst du denn mal so komische Kreise und sonst was da. Haben die Aliens da irgendwas fabriziert? So. Da auch. Oh. Alles klar. Da weiß ich ja, wo ich wieder meine Schadze herkriege. Man braucht nicht mehr wirklich. So. Wenn man mal hier guckt. Die steht sowieso verkehrt rum. Mist. Äh. Wo ist denn da unser, unser Bau? Wo ist er denn? Da hinten. Die muss. Wo muss denn die hingucken? Nach hier. Geh mal weg. Und. Geh mal hin. So. Lass die mal ungefähr so gucken. Da. Das ist weit. Doch ein Zug. Nein. Das ist viel zu aufwändig jetzt hier. Wie viel von den Dinger. Äh. 312. Das war mir klar. Nicht genug. Und. Das gibt jetzt so eine Überlandleitung. Dann könnt ihr. Wart. Achso. Könnt ihr machen was ihr wollt. Äh. Das ist so. Wie in den alten Bergwerken. Wie in den alten Bergwerken. Das heißt halt. Gibt es ja immer noch. Ne. Die Kilometer weiter lang gehen. Mach ich hier so ein Ding. Buch. auch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Äh. Warte mal. Mach mal so. Haben sie durch den. Da durch. Gehandelt. So. Ein bisschen da lang. Ist sowieso gleich das Material zu Ende. Machen wir hier mal ein Stück. Gerade. Gerade. Die ist richtig rum. Ein Stück. Gerade. So. Dann gehen wir mal. Wo sind denn diese Viecher hier. Gehen wir mal links an dem Stein vorbei. Heute haben wir aber auch die Arschkarte gezogen. Ne. Da sind solche Viecher. Da sind solche Viecher. Gibt es doch nicht. Jo. Fast geschafft. Ne. Da hinten geht die Sonne auf. Guck mal. So. Jetzt hier. Käffchen. So. Nettes Bild. Ne. Können wir mal. Warte mal. Können wir mal. Warte mal. Wir machen das mal so. Und so. Und. Ja. Geilo. Arsch. Wann hören die eigentlich mal auf ständig durch die Fabriken zu latschen. Hau ab Mensch. Hau ab. Und was hat man so. Da hinten mit dem Miner im Bild. So. Wo ist das Ding. Hier. Wir kommen mit dem da hoch. Und den schlängeln uns hier lang. Wo ist eigentlich der Eingang von dem Ding. Ja hier. Hier ist das. Hier. Wir müssen hier hin. Das ist doch gut. Wo ist das Ding. Wir machen. Wir machen das mal hier schnell dran. Das geht jetzt quer durch die Pampa. Warte mal. So dass es nicht mehr durch den Stein ist. So. Warte. Nein. So. das Material zu holen. Die schweben interessanterweise hier drin. Im Wasser. Und kriegst kein Item drunter. Guck. Kommt eine Kollisionsabfrage. Geht nicht. Also hier. Wenn man so. Da. Geht nicht. Hier kannst du hinsetzen. Da nicht. Das ist wie eine Unsicht. Da unten drunter. Da ist wie eine unsichtbare Wand. Das ist ein bisschen blöd. Muss man jetzt mal so sagen. Ähm. Falls einer fragt. Ne. Sonst kriegst du die Dinger ja reingebaut. In die Map. Da nicht. Da ist irgendwas. Was blockiert. So. Jetzt gehen wir hier nochmal schnell hoch. Und. Ziehen das mal durch die Mitte. So da. Hier sind sie. Das ziehen wir jetzt hier dran. Und zwar. Pass mal auf. Äh. Zack. 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 Und hier wird nochmal gezackt. So. Pass auf. Blub. Blub. Und der ist jetzt hier oben drüber. Und der muss eins weiter. Äh. Den müssten wir da hinsetzen. Bist du jetzt auch da? Ne. Das war mir klar. Dass der da nicht ist. Wo er hingehört. So. Doch ist er. Jetzt will ich mal gucken. Jetzt müssen wir nochmal hier runter gehen. Flipp. Das ist ja der Eingang. Ne. Bitte an den unteren. Wir testen das jetzt mal. Das ist ja der Eingang. So. Hier machen wir. Ja. Ja. Das machen wir hier hin. Hier machen wir das Ding hin. So. Machen wir noch hier. Irgendwie eine Foundation oder so. Aber das. So. Und jetzt muss. Brauche ich den. Gehen. Ja. Der muss noch weiter vor. Okay. Da weiß ich aber wo das ist. Das ist nicht das Problem. Da weiß ich wo das ist. Und die snappen ja dann da. Ne. Sind die so weit auseinander? Und der andere davor der dann hier endet. Na ja. Das Ding ist aber hier höher. Ja. Die müssen höher enden. Jetzt sehen wir nochmal schnell hier. Ne. Fundamentale Foundation. So. Warte. So dass das wenigstens hier noch an dem Muster ist. Komm mal her. Ja. Ich hab den Smart Mod nicht eingestellt. So. Warte. Ich will nur gucken. Wo das Ding hängt. So. Alles klar. Mach das mal schnell so. Erstmal hier nur zum gucken. Dann kommst du wieder weg. Danke. Damit ich weiß wo das ist. So. Dann machen wir es hier. Das ist wie so ein vorge. Okay. Dann machen wir so ein Mini-Wartungsgebäude hin. Dann machen wir mal ein Mini-Wartungsgebäude hin. Damit. Und zwar nach außen. So. Und hier oben will ich jetzt mal was probieren. Was ist denn wenn. Mann. Den. Da hinsetzt. Ich will mal was probieren. Wartet mal. Und dann das so macht. Brauchen jetzt hier mal nicht das. So. Bitte. So. Und dann. Holen wir den. Von da oben. Oh. So. Da muss noch eins weiter raus. Weil das Ding ist dann doch dicker. Dicker als gedacht. That's what she said. So. Äh. Ah. Okay. Aha. Warte mal. Da. Da muss der noch. Der noch mal weg. Wir müssen alle noch mal weg. Nur damit wir den da dran kriegen. Das ist auch geil. Äh. Geh weg. Weg. Da muss das wahrscheinlich nur ein Stück. So. Warte. Warte. Du musst auch noch mal weg. Und ich brauche so eine Foundation. Bitte. Danke. Jetzt muss ich mal gucken. Äh. Okay. Reicht der? Das müssen wir jetzt hier testen. Geh doch mal. Du bist im Weg hier. Geh mal weg. So. Äh. Runter. Äh. Mal gucken. Ach. Bei weitem nicht. Wie weit ist denn das Ding da hinten? Die Hälfte noch weiter. Okay. Mindestens die Hälfte weiter. Ich fix das gerade mal. So. Machen wir das. Warte. Da seht ihr das jetzt gleich. Muss das Gebäude hier ein Stück weiter nach hinten. So. So. Gib mir noch mal den. Danke. So. Achso. Der ist ja auch in der Mitte. Äh. Guck mal das jetzt. Der ist ja auch in der Mitte. Mal gucken. Wie wir das am blödesten machen. So. Guckst du. So. Zack. Dann machen wir das hier. Dann sind die, die sind hier in der Mitte. Dann kriegen wir das hier. Da muss ein Dreier hinten hier. Geil. Scheiße. Das hätte so schön sein können. Wenn wir den jetzt hier nochmal nehmen. Äh. Ach. Ich hab das Ding ja weg gemacht. Ne. Ach. Verdammt. Da müssen ja die Bänder nochmal hin. Weil sonst snippen die die verkehrte Richtung. So. Schön gedacht. Aber nicht zu Ende gedacht. Der da ist das Problem. Der. Der da. Schade. geht eigentlich nur übereinander. Der müsste dann so sein. Das müsste da oben sein. dann würde das gehen. Dann würde das gehen. Jetzt hab ich das Ding da wieder weg gemacht. Snappt der noch? Snappt der noch an das Band? Lass mal gucken. Dann würde das gehen. natürlich. Äh. Ich brauche hier mal was zum Stehen drauf. So. Warte. Bin es besser wenn man es so macht. So. 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 Dann würde das gehen. Wahrscheinlich jetzt eine. Ne. Der ist nicht hoch genug. Macht nichts. Das macht nichts. Dann würde das gehen. Müssen wir jetzt hier mal ein anderes Gebäude bauen. Äh. Passt aber. Soweit so gut. So machen wir das. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.